Jo Freunde, wir haben ein neues Schwert in Fortnite, mit dem können wir sogar zocken. Ich stehe schon hier vor, einfach, ich kann es aus dem Stein ziehen, hier aus dem Sandkasten. Und ich mach mal kurz Pick-up und ja, ich hab das Schwert 1000 XP nochmal oben drauf. Und das Ganze ist so ein bisschen wie dieses Infinity Blade, was wir schon ein oder zweimal hatten. Schon lange her, war schon lange nicht mehr drin. Ich würde es auf jeden Fall feiern, wenn es wieder reinkommt. Ist meiner Meinung nach ein bisschen schneller als das Infinity Blade. Kann aber auch sein, dass ich das schon lange halt nicht mehr gezockt habe. Ja, wir können es aktuell testen. Ist leider noch nicht im Battle Royale Modus. Aber ihr seht, es ist in den Falz drin und ihr könnt das gerade offiziell hier wirklich von Fortnite testen. Und ich würde es natürlich sehr, sehr feiern, wenn es dann auch in den normalen Battle Royale Modus wieder reinkommen wird. Das Ganze könnt ihr einfach machen, indem ihr die Soundwave Reihe durchspielt. Da gibt es ja gerade eine Aufgabe, müsst ihr eine Münze sammeln. Einfach reingen, habt ihr ein Video zugemacht, wie ihr da reinkommt. Und ja, spielt einfach durch, relativ mittig von diesem ganzen Event. Kommt ihr dann zu diesem Punkt, wo ihr das Schwert rausziehen könnt und einfach damit zocken. Ihr könnt ja die Baumstämme noch kaputt hauen. Ihr könnt später irgendwie so andere Sachen kaputt hauen. Ist sehr nice. Ich würde es sehr, sehr feiern, wenn es ins normale Battle Royale Modus kommt. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Und ja, das ist noch zu diesem kurzen Video. Probiert es mal aus und bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.